Moin Moin und herzlich Willkommen zu meinem Let's Play von Xenoblade Chronicles 3. Ich bin euer MrBebop und dies ist Folge 48. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Oh. Ähm. Bah, ist nicht mal zu Hause, so wie das aussieht. Sie sind noch nicht tot, das ist gut. Okay, wir haben doch noch... Ne, wir haben keine Überlebenden. Das sind glaube ich unsere eigenen Leute, die hier... sind zum Reden. Krass. Auch diese leichte Hintergrundgeräusche oder Musik kann man es nicht nennen. auch heftig gruselfaktor was leicht unheimliches man könnte diese musik als tragisch einstecken was commander is it Das Blau-Wasser-Plateau. Hier ist irgendwo ein Container da. Das Blau-Wasser-Plateau. Das Blau-Wasser-Plateau. Das Blau-Wasser-Plateau. Das Blau-Wasser-Plateau. Das Blau-Wasser-Plateau. Und zu dir... Ich habe nicht... gesagt etwas schrecklich, habe ich? Nein, überhaupt nicht. Du warst dein eigenes Selbst, Kommander. Unsere Hoffnung und Freude. Das gleiche wie immer. Taoyan. Ich verstehe. Ich bin sorry. Was ist das? Nimue. Sie hat immer so viel über dich. Du hast... eine Fähigkeit, die dich entspricht. Du bist ein Elite. Head und shoulders, über die wir uns. Nimue. Sie will nicht stoppen mit dir über dich. Also, jemand hat dich ein Zeug? Nichts. Sie ist das, was du bist. Vielleicht zu einem Schmerz. Du hast ein Zeug. Ist das richtig? Hier ist eine andere Sache, die sie erwähnt. Sie ist das, was du bist. Aber wenn du uns... Wenn wir uns gewinnen, wenn wir uns gewinnen, durch deine Kindheit, sie würde es lieben sehen. Sie würde es lieben sehen. Ich... 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 Und wenn du es in Sicherheit... einen Tag... Ich würde du sie wegschauen. Wie kann ich... Sie... 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 In der Kedenkirche Frontier, nach dem Schmerz des Farlandes... ... Es ist ein Ort, an die Sophronias blöde. Nimue immer ließ ihre Blumen. Und eine von ihnen war besonders brillant. Ich würde sie dort büren. Das wird sie, ohne alle Verzüge, ihre Verzüge durch Kindheit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 und hier ist auch niemand dann können wir jetzt weiter oder die ganze wir haben da hühnen zu haben nicht vorhin schon bekommen komisch als ich reingegangen bin in die kolonie gab es hier keine monster und jetzt interessant ist auch noch dass die bei weiten mein level unter aber sowas von ich bin stärker abgefühlt gar nicht so viel geländen wie man sieht dass man elite gegner auf level 28 die heimkehren der gefangenen soldaten sie waren literal clods man niemand hat eigentlich died wer ist das für? Land's got no tact, due to, is about atoning. Riku, whatcha saying there? Why are we seeing them off? I know they were only hollow vessels. But ultimately, we chose to fight and kill them. And nothing can change that fact. Even if there's no one to actually see off, we have to atone for that. In nutshell. Oh, I see. Atonement, huh? Hey, is his head okay with this? It's kinda... Yeah, he doesn't mind. All right. Guess you're all weirdos. Still, kinda strange. I wonder when it all started. I couldn't tell you exactly when. But I would surmise it started out as a kind of process for the upkeep of the world. Sounds like a crazy kinda process. This is all going way over my head. Quite simple, actually. It gives a sense of security. Let's you think your dead friends are looking out for you from above. Alleviating feelings of guilt and of loss. That's how I understand it. Yeah, okay. But ain't there plenty of people who don't care about that? What matters is that it is there. You don't need to pay attention. You don't need to do anything. But the way it is designed, if you think about it, it just works. We are told our life is born from the Queen, and to the Queen it returns. However, that's only if you make it to your homecoming. But what of the others? What of those who fall on the battlefield? Nobody knows. Where do they go? Seeing moats rise into the sky serves to dispel any unease. You end up believing, well, they're going somewhere. But where is somewhere? The Queen's place? No clue. You what, mate? That's kind of non-committal for you. Disappointed? Nah, not fussed. I saw hats. I saw hats. Why are you making that stuff out here? Colony's got a perfectly good kitchen. Out of commission, apparently. Somebody made a real mess of the place. Hold on a sec. Sorry, Mia. If we hadn't done what we did, chances are we would have all been dead by now. That's why we... It's all right. Everyone understands why. You were really brave, Senna. Really? You're not just saying that? Nope. This real thrill of travel. Excitement mounting? Excitement mounting? Is that right? And why are you acting all normal? It was Yoren. He was... He looked just like his old self. I suppose... You think you're the reason for that, do you? What? In that case, I'm telling you to drop it right now. So Yoren turned up. That alone isn't so bad. Of course it is! Figuring out why it happened. That's what we should do. What do you mean, why it happened? The reason we became Ouroboros. The reason the world looks like this. It's all connected. I'm sure of it. Or maybe you just want it that way. Better than being stuck in the past. I won't. I can't. I'll never snuffing forget. There shouldn't be any life in those bodies. But the moats still rose. So that means... I knew it. The dead don't think anything. They don't speak. But... Survivors speak for them. To celebrate their life... And death. That's why... I'm here. 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 It's wonderful. Thank you. Lance We are still alive It ain't like you to sulk like this Piss off Now I bust your chops Hmm Hm, vielleicht nicht, aber ich werde etwas wärmer. Uni, um Sparks' zu sagen, schau mal die Wohnung. Schau, Boss. Schau, Lance, ich war da auch. Keinein, dass du dich nicht vergessen hast. Niemand sagt nur, weitergehen. Ah, Noah. Er ist immer ein Schritt vor, eh? Du wißt, er ist ein Offseher. Er ist näher zu uns als wir. Zu denjenigen, die weg sind. Dasselbehen, es ist nicht einfach. Ich weiß. Aber noch nicht, ich will nicht zuhörtern. Ja. Ja, du bist richtig. Es ist nicht so, dass wir noch nicht weitergehen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Siegai, forgive me. All dead, all done! Ah, did you hear those dulcet death throws, though? Siegai, forgive me! Forgive what? Why is she apologizing? Ach, humans! Such useless pawns! So I win, then! Ach! Nauseating. Might we infer from that end? Is there naught here but these vulgar pleasures? Huh. I see where you would feel that way. But you have not the luxury. Say what you mean. Pleasures and sorrows. Meetings and partings. Their roots are the same. Tolerance of existence is at the heart of them all. You want me to frolic with you? Is that Noah? You shall find there is no such thing as luxury in this world. All one. All one. Everything but this is not a single fault. Ich liebe dieses Spiel genau deswegen, dieses Cutscenes, die einfach 10 Minuten lang sind, wie eine Serie. Das ist so genial. Unbedingt. Kapitel 3 ist beendet. Sprich Kapitel 4 startet jetzt. Sprich Kapitel 5 startet. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, und dann Damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen Wenn ihr wissen, was uns weitergeht, schaltet unbedingt in der nächsten Folge auf wieder ein Würde mich sehr freuen, lasst gerne ein Abo da, wäre sehr nice von euch und ich würde sagen, bis zum podcasts, bis zum важ一點 bedingt bei euch und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.